So, ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Rocket League. Wir sind in der nächsten Runde. Mal schauen. Wir sind im Halbfinale, sehe ich. Sehr schön. Hören wir schon an, was passiert. Okay. Das erste Spiel des Halbfinales. Warum nicht sind die Gegner nicht... Oh, oh, meine Schuld. Oh Gott, Schweinehalt. Die ersten Runden könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal sehen. Und es geht, wie ich es geschafft habe, mit meinem Team ins Halbfinal zu kommen. Na ja, man sieht. Oh, das war knapp. So, sehr schön, aber vorbei und zerstört. Kommt in der Mitte, kommt. Ah, schade, 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 schade. Man sieht, ich habe Angst vor dem Krieg. Bleibt immer am Boden. Oh, oh. Oh, verdammt. Aber wenigstens mit Herzchen. Wir werden mit Herzchen bedacht. Super. Super. Schade, 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 schade. So. Und der Ball kommt, der Ball. Und weg. Na ja. Na ja. Na ja. Dann halt nicht. Und oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh, da sieht nicht gut aus. Da sieht nicht gut aus. Oh, zum Glück haben wir mehrere Spiele und sieht nicht sofort aus. Anschlusstreffer wäre wichtig. Anschlusstreffer wäre so wichtig. Dann ne, schade. Ne, die drei stehen nur als fünf, was es umsonst gibt, da wo die sind. Ist ja unglaublich. Und trotzdem schießen die uns hier ab. Ja, das war mein Buß. Danke. Ja, bitte, bitte, weiter, weiter. Ist das... Ach, Leute. Warum? Komm. Na ja, probieren wir es nochmal. Und wieder dann wieder. Ja, 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 Anschluss. Oh nein. Oh. Ich mach's mir mal am Tor gemütlich. Meine Güte, fahr doch. Nee, das erste Spiel wird... Oh Gott. Oh Gott. Das erste Spiel wird... Wo? Verloren sein. Aber nicht verzeigen, wir haben ein Oldspiel. Oh, ist das auch egal. Vor 2 oder 3 oder das erste Spiel verlieren. Ja, das erste Spiel... Ist nicht ganz... Das ist fein. Ja. Aber man darf nicht verletzen. Zweifinale. Na ja. Ich muss auch zugeben, ich hatte gute Mates. Ziemlich viel, die ich draußen habe. Das waren aber auch random Mates. Okay, das erste Spiel haben wir verloren. Wir sehen uns morgen zum Rückspiel. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.